Ja. Ähm... Nein, das sind die Besten. So, dann kann der schon mal wieder nichts tun. Äh, wie kriege ich die denn? Hahaha. Ähm... Ja, jetzt kann ich aber nicht mehr zaubern. Oh, guck mal, was der hier alles für den IE fallen lässt. Haha. Ah, Mist. Ich fall natürlich immer, ey. Ich spring natürlich im richtigen Moment hoch. So, dass er mich da voll erwischen kann. Ah, Mist. Was ist das denn für ein alter Gosse? Ey, zossen. Da brennt ja der Arsch. So, bevor du Ninja da irgendwas, äh, machen kannst. Äh, ja, könntest du mal ein bisschen näher hierher kommen? Danke sehr. Ja, die Augen, die sind was ganz Tolles. Überall sind Augen, die schießen. Ja, nimm keinen Schaden. Ja, das war ja schon wieder gut. Ähm... Möchtest du nicht hierher kommen? Danke sehr. Danke sehr. Nein! Ich hab doch geschlagen. Ach, schade. Aber wir sind relativ weit im Dunkeln gekommen. Denn im Dunkeln ist gut munkeln. Hat auch Angst vor Hühnchen, Lady Antoinette, die Vierte. Kann doch wohl nicht sein. Und haut Gegner weg, als wäre es nichts Gutes. Lady's schon lief, die Vierte hat dagegen, äh, wenig Haare auf dem Kopf. Und Sir Jacoby hat den Tunnelblick. Ah, komm, wir nehmen mal Lady Chun-Li. Ohne Haare ist ja kein Problem. 13,70, 14,66, das passt doch wunderbar. Da machen wir mal ein bisschen mehr hell. Die wirkt so klein. Gegenüber ihrem Vorgänger. Komm mal her. So, hau, hau, hau. So. Na, das passt ja ganz gut. Einmal so schön. Alles abarbeiten hier. Kannst du doch mal runtergehen? Ja, danke. Nein! Sag mal, wieso renne ich denn jetzt immer diese verdammten Viecher dabei? Nein. Ach, du kannst doch gar nichts. Du alter Ritter von der traurigen Gestalt. Ein Hähnchen für mich. Haha. Wo geht's hier hin? Nein! Oh, ich... Ich... Da bin ich aber wirklich ein bisschen zu doof. Ja, natürlich. Ich renne überall rein. Das ist meine Spezialfähigkeit. Überall reinrennen. So, da bin ich mal stehen. Haha. Schön aus dem Weg gegangen. Hier oben. Siehst du? Das sind Reflexe. Da ist... Denkst du hier nichts Böses und... Sag mal. Willst du mich ärgern? Zack und zack. Ähm... Ein schwarzer. Sag mal. Na gut, okay. So sind wir das Ding wenigstens los. Okay. Das Bild ist auch, äh... Nett. Was ist das denn für einer? Wieso macht der denn sowas? Ja. 110 Gold fallen da raus. Und wir sollen das auch noch gut finden. Alle Gegner töten. Ja, da kriegen wir hin. Alle Fässer töten. Wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Äh... Wie sollen wir das denn hinkriegen? Gucken wir hier irgendwo durch? Nee. Das ist ja fies. Ist ja geil, wie das funktionieren soll. Ist das ein böses Bild? Du bist ein böses Bild. Das sehe ich dir doch an. Der König hat nie so frech gegrinst. Danke sehr. Du bist ein Zombie. Du bist ein Liebesbild. Hab ich auch sofort gesehen. Du bist ein bisschen alles in die Rippe. Ha. Ha. Ein bisschen Mana. Ein bisschen Mana kann ja nicht schaden. Da ist auch eine Truhle. Das finde ich ganz nett. Aber ich weiß nicht, was ich hier von den anderen Gegnern halten soll. Oh, da wackeln ja beide Bilder. Hohohoho. So. Da hat es sich jetzt ausgehört. Oh Gott. Danke sehr. Das mache ich mal von hier. Sogar schön einmal einsammeln alle. Das mache ich mal von hier. Yum, yum. Lecker Fresschen. Dann gibt es da was zu essen. Sehr schön. Ja. Da gehe ich gleich wieder raus. Moment. Moment. So. Hier fliegt auch alles durch die Gegend. Geh mal hier weiter. Das ist ja... Kann ja nicht sein. So hat sich das, glaube ich, niemand gedacht. Okay. Ja, natürlich. Einmal werden wir getroffen. Aber was die alles hier an Dings fallen lassen, an Loot. Das ist ja schon fast gar nicht mehr feierlich. Guck mal, was ist da alles los? Haha. Haha. Komm her. Ja. Du weißt es doch genau. Du willst es. Ja. Ich treffe auch alles. So. Harry Potter will uns nichts Böses. Und schon hast du nur noch Hälfte Energie. Warte. Kann ich irgendwo rein? Ach hier. Wenn wir klein gewesen wären, wären wir hier reingekommen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Waren wir in diesem... Bei dem Gegner schon? Ja. Ich glaube ja. Die... Äh... Äh... Der Umhang des... Äh... Waldläufers. Hier haben wir auf jeden Fall was zu essen drin. Da haben wir was zu trinken drin. Nein! Ach Mist! Manchmal funktioniert mein Controller nicht. Der hakt so ein bisschen. Das ist jetzt keine faule Ausrede. So. Kommst du mal bitte her? Danke. Da darfst du gerne so weitermachen. Diese alte Truhe. Das war auch wieder so eine Truhe. Ja. Ich springe auf zielgerichtet komplett da rein. Eine alte Jukebox. Die will uns nichts Böses. Wir wollen nur ein bisschen Musik hören. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Lumprey. Da, 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 da. Wie soll ich denn alle Gegner töten? Kommt doch da gar nicht hin. Ja. Weiß ich nicht wie. Geht auf jeden Fall nicht. Gehen wir mal hier rein. So. Dann hauen wir uns hier mal die Pflanze kaputt. So. So. Ist da oben etwa noch einer? Zack. Tatsache. Und zack ist er schon wieder weg. Der alte Truhe. Der alte Tum nicht gut. Aber der Track gefällt mir ganz gut. Guck mal hier. 2.800. Nein. Ach Mist. Wieso gehe ich denn da nach unten? Ach du meiniger. Aber guck mal hier. Guck dir das alles an. Das jawohl. So. Einen mache ich noch. Den haben wir hier. Sir Jacoby. Der zweite. Endomorph und Stürzt. Also blockt alles weg. Also haut alles weg. Lady Jenny. Ist nicht nur die Ehefrau von Forrest Gump. Sondern kann auch nicht in 3D sehen. Und Sir Scorpio. Ist flexibel. Und dafür aber kahlköpfig. Joa. Ach komm. Nehmen wir ihn mal. Und. 1420. Und 1565. Ich bin noch am überlegen. Ob wir hier mal so ein bisschen. Das noch verbrei. Äh. Vergrößern. Weil dann kriegen wir mehr. Äh. Wieder. Komm. Das machen wir mal. Und. Äh. Hier. Da machen wir mal nochmal Gewicht. Und jetzt haben wir nur noch 100. Übrig. Und jetzt müssen wir ja eigentlich so. 21. Oder sowas. Behalten. 21. Haben wir behalten. Sehr schön. Wir. Ähm. Können jetzt also 20% behalten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hm. Da gibt es gleich was zu hapern. Ja. Da springe ich auch gleich. in die erste Kanone rein. Und du. Ja. Diese Augen. Ich hasse diese Augen. Wir halten sich nicht an die Regeln. Und wer sich nicht an die Regeln hält. Der hat bei mir schon gleich grundsätzlich verschissen. Was hast du gehört? Dummes Auge. Du bist bei mir sofort unten durch. Ähm. Gut. Das Bild ist nicht böse. Das Spiel kennen wir schon. Ja. Ich gehe nochmal raus. Danke sehr. Das ist nicht geschummelt. Das ist nur strategisches in den Raum rein und wieder raus gehen. Da ist ein Unterschied. Ähm. Truhe. Danke sehr. Da. Hm. Lecker Schmack. Cool. Oh guck mal hier. One-Hit-Wonder. Hier kann man auch alles kaputt hauen. Oh. Wie geht's denn da hin? Äh. Ach. Eine versteckte Truhe. Die Siphon-Rune. Siphon ist so ein Ding, wo Wasser rauskommt. Aha. Sind wir jetzt hier wieder? Ja. Dann ist das so und wir gehen einfach mal weiter. So. Und das hier? Das kann doch nicht alles sein. Meine Güte. Meine Güte. Wie soll ich denn hier so arbeiten? Gehen wir hier nach ganz links. Sliden mal hier so durch die Gegend. So. Der alte Zombie. Und. Habt ihr sonst noch was? Ja. Hier gibt's noch mehr Zombies. Hier geht's auch nach unten. Probieren wir mal raus. Nicht. Nicht hüpfen. Ja super. Äh. Nicht hüpfen heißt das auch nicht nach unten hüpfen? Ach jetzt verdammt. Jetzt muss ich mal gucken. Also da könnte unten was sein. Hier könnte auch unten was sein. Und hier könnte auch was sein. Nein. Verdammt. Aber das ist ja mal ne coole, äh. Cooles Ding insn gewesen. Wo wär's denn hier gelang gegangen? Hier wahrscheinlich, ne? Ach komm mal hier. Wie's hier so weit tief geht. Ach. Beim zweiten Mal hätt ich's geschafft. Das ist ja fies. Aber irgendwie witzig. Finde ich großartig. Nein. Natürlich werde ich getroffen. Wäre da auch einfach nur so. Aber hat auch den riesigsten Feuerball, den man sich vorstellen kann. So. Wo geht's hier hin? Ach hier können wir uns nach Hause teleportieren. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ach komm mal hier. Was zu essen. Und was zu trinken. Hier sind die Mayas. Außer man. Sag mal, wieso hab ich das Bild denn plötzlich am Arsch? Der hat aber auch einen Rückstoß. So. So, jetzt noch einmal. Aber dann ist auch mal gut. Na ne. Ebenso weitergehen. Ähm. So. Oh, was der ist. Und nochmal. Ähm. Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht witzig. Ha. Boah, sag mal. Das ist jetzt aber fies. Das ist ein böses Bild. Das ärgern wir mal nicht. Hm. Hm. Jam, 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 jam. So. Da ist wieder so ein blödes Auge. Da ist auch ein blödes Auge. Aber der Goldregen entschädigt natürlich für vieles. Geh mal unten. Komm her. Haha. Hast du wohl gedacht, ne? Ja. Alle Gegner zerstören. Ja, wirf doch mal gegen mich. Au. Au. Kriegen wir das hin? Au. Ja. So nicht. So aber. Komm, noch einmal. Haha. Die Voltruhne. Volt ist doch ein, 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 ein nicht verließ, sondern, äh, ein, so eine Art Schatzraum. Vielleicht kriegen wir da mehr Kohlen dann raus. Ähm. So, da kannst du so böse gucken, wie du willst. Ja, natürlich. Ich geh mal lieber hier. So, den haben wir. Du bist ne böse Truhe. Ich seh das doch. Ich kann mich diese böse Truhe einfach verarschen. Äh, ja. Habt ihr das gesehen? Alles gleichzeitig. Und, äh, ja. Ich geh doch lieber hier raus. Au, Mann. Jetzt spring ich da auch noch rein. Das ist ja alles hier nicht normal. Kann man noch niemandem erzählen. Nein! Am alten Bild gestorben. Ist ja wohl eine Frechheit. Ja. Ja, und das soll es eigentlich auch für diesmal wieder gewesen sein. Ähm. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich immer sehr. Wenn ihr, äh, mich unterstützen wollt, dann, äh, lasst mir ein Abo da. Und, ähm, ähm, ja. Sonst auch gerne ein Favor und ein Comment. Und, äh, auf Twitter auch gerne followen, wenn ihr möchtet. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Zusätzlich zu immer, äh, sehr, äh, schönen Folgenbeschreibungen, bei denen ich mir immer ganz viel Mühe gebe. Und, äh, ja. Ja, sonst sehen wir uns, äh, in der nächsten Aufnahme. Ähm, somit auch in der nächsten Folge. Oder, äh, in einem anderen Let's Play. Oder in einem Review. Oder in einem 14 plus 6 plus 2 Fragen Video. Oder auf Twitter. Oder sonst wo. Und, äh, ja. Das war es eigentlich auch schon. Alles klar, dann, äh, bis dann. Tschüss! Tschüss!